Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet Ich begrüße alle die Zuschauer und meine Abonnenten. Ich hoffe, dass einige meiner neuen Zuschauer heute auch wieder auf den Abo-Button drücken. Das würde mich sehr freuen. Vor einem Jahr habe ich mit dem Abriss meiner alten Anlage begonnen. Danach habe ich euch mit Baufortschritten immer wieder auf dem Laufenden gehalten, wie es mit der neuen Anlage aussieht. Heute bin ich nun dazu gekommen, alle Gleise mit Strom zu versorgen. Die Gleise sind alle fest. Das heißt, die Premierenfahrt hat stattgefunden. Ein besonderes Ereignis für mich. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und mir zuschaut. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Perspektiven, die ich euch von den einzelnen Streckenteilen im Anschluss an einer Gesamtrunde noch zeigen werde. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, nicht vergessen, Abo-Button drücken, Glöckchen drücken und ihr werdet automatisch informiert, wenn es wieder etwas Neues von meinem Kanal gibt. Aber bis dahin sage ich, bleibt alle gesund. Tschüss, euer Winnie. Ich hoffe, ihr wisst euch, ihr wisst euch, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch, 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 ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch, ihr wisst euch. Ich hoffe, ihr wisst euch. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr wisst euch. Bis zum nächsten Mal.